Hey Leute, ich bin's Laila Blue und ich mache heute einen Haul, denn ich war vor einer etwas längeren Zeit mal ein bisschen einkaufen und habe mir eine ganze Zeitpuppe mitgenommen. Aber ich kam irgendwie die ganze Zeit nicht dazu, dieses Video irgendwie zu drehen. Deshalb habe ich die Folie jetzt schon etwas länger. Aber ja, ich habe halt irgendwie nicht Lust gehabt oder keine Zeit oder ich habe es vergessen, den Haul zu drehen. Aber jetzt mache ich ihn ja und zwar ist es eine Haunted-Puppe, nämlich Twilight. Ja genau, ich habe Twilight Haunted mir gekauft und sie sieht mega süß aus und ich kann sie eigentlich auch wirklich nur weiterempfehlen. Und ja, ist mega hübsch auch. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel sie gekostet hat. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, aber irgendwie weiß ich es nicht mehr. So, dann würde ich sagen, das war es jetzt auch schon. Und ja, wenn ihr eine Review-Tree haben wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare und dann mache ich das auch. Dann würde ich auch schon sagen. Ciao Leute!